. . . . So, nimmst du den Mann bitte? Ja, wo ist da alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Fahren wir? Gibst du denn mal deinen Computer? Warte. Ich wollte heute Abend ab Nö trainieren. Hast du vielleicht Bock? Pass auf. Heute nicht, morgen nicht, überhaupt nicht, okay? Guck mal hier. Sollen wir was mit Nadja los? Wieso? Unsere Prinzessin auf der Erbse hat wahrscheinlich zu wenig Aufmerksamkeit. Wie immer. Also gestern Abend war sie noch besser Laune. Ich koche ihr nachher was Schönes, verpasse ihr eine kleine Kuschelattacke und dann wird's wieder, hm? Ja, mach das mal. Sag mal, muss dieses Ding hier immer rumliegen? Sag mal, da fehlt einer. Was? Hat einer von euch vergessen den Computer abzugeben? Nee. Tja. Tja. Dann müssen wir eben alle noch mal runter. Okay, gehen wir runter. Auch sieh mal damit. Oder brauchst du mal wieder eine extra Einladung? Und dann können Sie nicht mehr loswerden. Tja. 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 Musik 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 Lass mich mal! Endlich! Nadja, komm! Lass mich mal! Lass mich mal!